Mein Name ist Anna Meusert, ich bin 18 Jahre alt und mache hier bei der Sparkasse in Schweinfurt ein duales Studium. Also beim dualen Studium ist es so, dass sich immer die Praxisphase mit der Theoriephase abwechselt. Man ist praktisch drei Monate am Stück in Moosbach an der dualen Hochschule und dann wieder drei Monate zu Hause in der Sparkasse. Man kommt in verschiedene Abteilungen oder auch in verschiedene Filialen. Wenn man jetzt irgendeine Frage hat oder nicht weiter weiß, dann kann man sich wirklich immer an die Älteren oder Erfahrenen wenden und ist dann so wie allein. Das duales Studium an sich ist natürlich anspruchsvoll, aber macht auch viel Spaß, weil man natürlich durch die Praxisphasen auch immer, was man in der Theorie lernt, irgendwie umsetzen kann. Ja, es fordert mich auf jeden Fall. Man kann viel Neues dazu lernen und hat auch immer die Chance, was man jetzt schon gelernt hat in Italien auch wirklich umzusetzen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.